Ich bin Daniela, ich arbeite in der Rezept-Redaktion bei Betty Bossi und heute zeige ich dir, wie du ganz einfach und schnell ein Aperohäppchen machen kannst. Dazu walle ich eine Scheibe Toastbrot etwa 2 mm dick aus. Dann lege ich an die untere Kante ein Stängel Käse und rolle das auf. Ich nehme einen Trangere Speck, um das Toastbrot zu wickeln. Ich mache ein bisschen Öl in einer Brotpfanne warm. Und dann brot ich die Rolle rundum in der Brotpfanne goldbraun an. Et voilà, fertig sind unsere Aperorolle.